Liebe Geschwister, wir werden uns heute mit einer prophetischen Aussage befassen, die, wenn wir sie praktizieren, erstens wir selber glücklicher leben werden, und zwar in beiden Welten, im Diesseits wie auch im Jenseits. Und zum anderen werden wir auch noch unseren Mitmenschen eine lichtspendende Leuchte sein. Wir werden dafür sorgen, können, dass auch andere um uns herum ein glücklicheres Leben führen werden, ein besseres Leben führen werden, als sie es bisher tun. Dadurch, dass wir weniger Leid auf uns nehmen müssen und gleichzeitig mehr Freude erfahren dürfen, wie gesagt, das für uns und auch für andere. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, und dies ist einer der wichtigsten Hadithe, Imam al-Nawawi hat ihn an siebter Stelle gesetzt von seiner Sammlung der sogenannten 40 Hadithe, die in Wirklichkeit 42 Hadithe sind. Hadithe, von denen er der Meinung, zusammen mit anderen Gelehrten gewesen ist, dass sie eine Zentralität in der Religion besitzen, eine besondere Wichtigkeit, weil auf diesen Hadithen vieles andere zurückzuführen ist, beziehungsweise auf diesen Hadithen vieles aufbaut. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, in einem authentischen Hadith, unter anderem von Muslimen verzeichnet, Ad-Dinu al-Nasihah. Ad-Din, die Religion ist al-Nasihah. Ad-Din, die Religion ist al-Nasihah. Und so wie ich dies dreimal wiederholt habe, liebe Geschwister, hat der Prophet auch, sallallahu alaihi wa sallam, Ad-Dinu al-Nasihah dreimal wiederholt. Dreimal wiederholt. Und seine Propheten, Gefährten fragten, seine Gefährten fragten, wem gegenüber, o Gesandter Allahs. Und er sagte, lillahi wa likitabihi wa li rasulihi. An-Nasihah, Allah Ta'ala gegenüber, seinem Buch gegenüber und seinem Propheten gegenüber. An-Nasihah wird normalerweise übersetzt, liebe Geschwister, mit der, der gute Ratschlag, die Beratung. Was könnte jetzt damit gemeint sein? Guter Ratschlag, Beratung gegenüber Allah und seinem Buche und seinem Propheten. Und die Gelehrten haben dies erklärt, liebe Geschwister, dass man Iman an Allah Ta'ala zu haben hat und an sein Buch und an seinen Propheten und sich dem gegenüber auch und sich dementsprechend auch zu verhalten hat. Das heißt, der Iman muss rein sein, Allah Ta'ala gegenüber. Seiner Einheit und Einzigkeit, liebe Geschwister, gegenüber. Und dass man ihn freispricht von allen Mängeln und Fehlern, wie dies andere tun. Und dass man davon überzeugt ist, dass sein Buch, Al-Quran, kein Menschenwort ist, sondern Allah Ta'alas Wort. Und dass der Prophet Mohammed, sallallahu aleyhi wa sallam, wahrhaftig gesandt ist und dass man seinen Anordnungen nachkommt und ihm dem gebührenden Respekt erweist, sallallahu aleyhi wa sallam beispielsweise, sagt und seine Sunna wiederbelebt, so sie verlassen worden war. All dies, liebe Geschwister, ist Nasihah. Wen erbittet der Prophet danach? Sallallahu aleyhi wa sallam, den Anführern, den Herrschern, der Muslime, den A-Immah, den Verantwortlichen, wie auch den Muslimen insgesamt. A-Ammatihim. Und die Mama Nawawi, liebe Geschwister, erweiterte diesen Begriff An-Nasihah auf alle Menschen aus. Er sagte, dass An-Nasihah, dass man dafür sorgt, dass jemand das Beste in Diesseits und auch im Jenseits bekommt, dass dies auch natürlich auf nicht-Muslime Anwendung findet. Ibn Daqiq al-Eid, einer der Großgelehrten des Islams, liebe Geschwister, sagte, dass es für das Wort An-Nasihah kein Synonym gibt in der arabischen Sprache. Wie Al-Falah, der Gebetsruf hat auch zu Al-Falah gerufen, der Adhan ruft zu Al-Falah. So gibt es für An-Nasihah kein gleichwertiges Wort. Und Inshallah, wenn wir alle diesen Raum verlassen und im Herzen spüren, dass es für An-Nasihah kein gleichwertiges Wort gibt. Kommen wir auf die Beratung untereinander zurück, liebe Geschwister. Es gibt eine Suche im Koran, die 42. Suche im Koran, die trägt den Namen, die Beratung. Ein ganzes Kapitel des Korans hat den Namen verdient, die Beratung. Und die Mehrheit der Gelehrten geht auch davon aus, dass die Suren-Namen von Allah Ta'ala und seinem Gesandten gesetzt worden sind. Es gibt Gelehrte, die sagen, dass das auch menschliche Vorschläge und Bestätigungen im Nachhinein dann waren. Aber es gibt, die Mehrheit der Gelehrten, so viel ich noch in Erinnerung habe, sagt, dass die Suren-Namen von Allah Ta'ala festgesetzt worden sind. Das heißt, ein ganzes Kapitel im Koran trägt den Namen Beratung, Ashura. Allah Ta'ala sagt in diesem Kapitel, Er lobt diejenigen im Koran, liebe Geschwister, diejenigen, die auf ihren Herrn hören, die Allah Ta'ala gegenüber gehorsam sind und die ihr Gebet verrichten und deren Angelegenheit durch gegenseitige Beratung, deren Angelegenheiten durch gegenseitige Beratung geklärt werden. Und wir wissen auch, dass die Reihenfolge im Koran, wenn Dinge aufgezählt werden, eine Bedeutung haben. Und wir wissen, dass wenn etwas erwähnt wird, neben einer geehrten Sache, diese erwähnte Sache auch eine Ehre erfährt. Und hier wurde die gegenseitige Beratung nach dem Gehorsam Allah Ta'ala gegenüber und dem Gebet erwähnt. Und wir wissen, dass die Gebet die tragende Säule der Religion ist. Und die Königin von Sabah, auch unter Juden und Christen bekannt, sie ist im Koran eine der geehrten Personen, liebe Geschwister. Und es heißt in Bezug auf sie im Koran, Sie sagte, und wer war sie? Sie war die Königin. Sie war die Herrscherin gewesen. Sie sagte, oh ihr Vornehmen, sie hatte Berater gehabt, Aftuni, gib mir eine Fatwa, gib mir eine Beratung in meiner Sache. Ich entscheide keine Angelegenheit, ohne dass ihr zugegen seid. Ohne dass wir uns beraten haben. Das ist eine Lebensphilosophie, liebe Geschwister. Entscheide keine Angelegenheit ohne Beratung. Und die Gelehrten sagen auch, dass derjenige nicht bereut, der Allah Ta'ala um Wegweisung fragt und sich gute Beratung einholt und sich berät, liebe Geschwister. In Japan, liebe Geschwister, gibt es eine Philosophie, die nennt sich Kaizen. Kaizen. ist es nicht nur eine Lebensphilosophie, ist es auch eine Arbeits-, eine Managementphilosophie geworden. Da geht es darum, dass man schrittweise immer zur Verbesserung kommt. Dass man sich immer Vorschläge unterbreitet in der Firma, aber auch wie gesagt im Leben an sich, um das Leben, die Arbeit, das Produkt, die Firma zu verbessern. Und wir sehen, dass sie im wirtschaftlichen Bereich einen sehr großen Erfolg haben, liebe Geschwister. Und in Persien sagt man, auf Rat zu hören, auf Rat zu hören, ist die Wurzel des Wohlstandes. Auf Rat zu hören, ist die Wurzel des Wohlstandes. Das heißt, wir sehen, liebe Geschwister, dass das etwas Universelles ist. Etwas, was in unserer Religion verankert wurde, betont wurde, aber auch etwas Universelles, unabhängig von Religion, ist unter Menschen anerkannt, unter den weisen Menschen anerkannt, dass der Ratschlag zum Erfolg führt, zur Glückseligkeit führt, was immer man auch sich darunter erstmal vorstellt. Nun ein kleiner Schwenker, liebe Geschwister. Ich mache mir in der heutigen Zeit sehr stark Sorgen um unsere Jugend, um unsere Kinder und unsere Jugend. Sie wachsen auf mit dem Fernsehen und Internet und die Umwelt an sich und permanent kriegen sie einen Rat, permanent kriegen sie quasi Anweisungen, was sie zu tun haben. Kauft dies und macht dies und zieht jenes an und verhaltet euch so. Und manchmal können wir nicht richtig unterscheiden. das gilt für Menschen allgemein, aber auch speziell für dieses sensible Alter der Pubertät, wenn man langsam 11, 12, 13, 14 wird. Und Allah Ta'ala, liebe Geschwister, hat uns eine Lektion festgehalten. Hat uns eine Lektion festgehalten, weil es gibt Menschen, die finden wir cool. Es gibt Menschen, die sind unsere Vorbilder. Aber Allah Ta'ala erwart uns, denn Allah Ta'ala und er schwor ihnen gewiss, ich bin euch ein aufrichtiger Ratgeber. Ich bin euch ein aufrichtiger Ratgeber. Wer sagte das? Das sagte der Teufel, liebe Geschwister. Der Teufel schwor Adam und Hawa, Friede sei auf beiden, dass er ihnen ein aufrichtiger Ratgeber ist. Wir müssen also sehr stark aufpassen, wessen Rat befolgen wir. Nicht, dass wir sagen, okay, Ratschlag ist gut, Beratung ist gut und wir gehen irgendwo hin und bekommen Ratschläge, die gegen unsere Werte, gegen unsere Religion gehen. Kehren wir zurück zum Koran, liebe Geschwister. Die eine von beiden, hier geht es um die Töchter vom ehrenhaften Mann aus Madian. Einige Gelehrte sagen, das wäre der Prophet Shu'aib gewesen, doch gibt es dafür keinen klaren Text aus dem Koran oder der Sunna. Allerdings gibt es Hinweise. Eine von den beiden Töchtern sagte also zu ihrem Vater, der möglicherweise Shu'aib a.s. sein könnte, unabhängig davon ein ehrenhafter, gottesfürchtiger Mann. In Bezug auf Musa a.s. O Vater, stelle ihn ein. Nimm ihn als deinen Arbeiter. Denn der beste Arbeiter, den man nehmen kann, und das ist eine Lebensweisheit, ist der starke, der kompetent, also im Sinne von kompetent, der kann das und vertrauenswürdige. Das ist eine Lebensweisheit. Woher? Die Weisheit war schon in der Tochter von Shu'aib verankert. Shu'aib hat sie Allahu'aalam, ob es Shu'aib war. Der edle Mann hat seine Töchter auch edel erzogen. Woher wusste sie, dass Musa stark und vertrauenswürdig war? Sie hat es erlebt. Sie waren ja, beide Töchter waren ja mit ihrer Herde, um die Herde zu tränken. Aber die anderen Hirten, sie verwerten ihnen, dass sie ihre Tiere tränken konnten, ihnen Wasser geben konnten. Und dann kam Musa aleyhi sallam, ein Fremder, und fragte, was mit ihnen los ist und sie sagten, ja, wir können unsere Tiere nicht tränken. Und Musa, ohne etwas weiteres zu sagen, er schnappte sich die Tiere und tränkte sie. Er drängte die Männer weg, er war stark. Er erfüllte die Aufgabe. Und woher wussten sie, dass er vertrauenswürdig war? Die Frauen haben das bemerkt, liebe Geschwister, wie Musa aleyhi sallam mit ihnen umgegangen ist. Er hat sie nicht lange angeguckt oder angeflirtet oder bedrängt, sondern er war ein edler Mann, ein Gentleman. Zum Prophetentum würdig, wie sie sich später herausstellen sollte. Das heißt, Vertrauenswürdigkeit, liebe Geschwister, ist enorm wichtig. Was ist, wenn Musa aleyhi sallam, beziehungsweise vergesst, dieses Beispiel, Musa aleyhi sallam ist nur mit Gutem zu assoziieren. Stellt euch vor, ihr habt kompetente Menschen, aber die sind nicht vertrauenswürdig. Die sollen euren Computer reparieren, die sollen in euer Haus irgendetwas installieren. Dann merkt ihr, nee, 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 den möchte ich nicht haben. Der kann so kompetent sein, wie er will, aber wenn er nicht vertrauenswürdig ist, was will ich mit ihm anfangen? Aber umgekehrt auch, liebe Geschwister, was ist mit vertrauenswürdigen Menschen, die nicht kompetent sind? Ja? Die würden euch niemals etwas Böses wünschen, aber würdet ihr zulassen, dass die euer Auto reparieren oder sich um eure Gesundheit kümmern oder euer Geld verwalten, da hättet ihr auch Angst. Das heißt, die Kompetenz, die Stärke und die Vertrauenswürdigkeit, das sind Eigenschaften, die man auch in einem Ratgeber zu suchen hat, liebe Geschwister. Und wenn man solche Menschen gefunden hat, wir sehen, der Ratschlag durchzieht sich im gesamten Koran. Der nicht muslimische König in der Zeit von Yusuf a.s. Was passiert, wenn man jemanden sieht, der kompetent und vertrauenswürdig ist? Was macht man mit solchen Menschen? Und der König sagte, bringt ihn zu mir. Ich will ihn mir selbst vorbehalten. Ich will ihn mir selbst vorbehalten. Der muss ganz für mich sein. Der muss in meiner Nähe sein. Der muss für mich abrufbar sein. Das macht man mit kompetenten und vertrauenswürdigen Menschen, liebe Geschwister. Und als er, der König, mit ihm sprach, mit Yusuf a.s. sagte er, du bist von heute an. Bei uns in fester Stellung und vertrauenswürdig. Haben wir solche Menschen um uns herum, liebe Geschwister? Weil das eigene Leben, liebe Geschwister, ist irgendwo ein Produkt von den Menschen, die um uns herum sind. Wenn wir gute Menschen um uns herum haben, weise Menschen, gutmeinende Menschen, dann werden wir auch ein Leben voller Weisheit und Güte haben. Weil diese Menschen sorgen dafür, dass das zu einem kommt. Haben wir uns mit solchen Menschen umgeben? Oder haben wir uns mit Schlangen umgeben? Haben wir uns mit jenen umgeben? Oder Menschen, die vielleicht etwas Gutes meinen, aber die uns nicht weiterbringen können, weil sie vielleicht wenig Weisheit oder wenig Erfahrung oder wenig Möglichkeiten haben in diesen Bereichen. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist, liebe Geschwister, wie wir gleich nochmal näher feststellen werden. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erlebte den Ratschlag in seinem Leben. Und zwar nicht nur als Ratgeber, wie man vielleicht im ersten Eindruck sofort meinen würde, sondern auch jemand, der sich Rat einholt. Im Koran steht, Allah Ta'ala sagt im Koran und in Anbetracht der Barmherzigkeit Allahs, weil Allah barmherzig ist, warst du, O Muhammad, zu deinen Gefährten mild zu ihnen. Die Milde ist eine Eigenschaft unserer Ummah, liebe Geschwister und auch der Verantwortungsträger denjenigen gegenüber, die sie verantworten. Wärst du aber rau und harten Herzens gewesen, so wären sie dir davongelaufen. Das ist auch wichtig, wenn man ein Vater ist, wenn man eine Mutter ist, Großvater, Großmutter, Lehrer, älterer Bruder, Tante. Und wir wollen, dass unsere, ja, dass die Jugend, dass unsere Neffen, Söhne, Cousins, Enkel den richtigen Weg finden. Wir brauchen Milde, weil die Härte wird dazu führen, wie Allah Ta'ala sagt, dass die Menschen von einem davonlaufen. Darum vergib ihnen und bitte für sie um Verzeihung und ziehe sie in der Sache zur Rate. Hol Ratschläge von ihnen ein. Allah Ta'ala sagt dem Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, hole Ratschläge von ihnen ein. Welche Weisheit steckt dahinter, liebe Geschwister? Allah hat den Propheten auserwählt, das wunderbarste Geschöpf, was er jemals erschaffen hat. als Gesandter für alle Welten, als Barmherzigkeit für alle Welten. Rahmatan lil'alamin. Warum sollte er sich also Rat einholen? Weil dadurch sehen wir in seinem Leben sehen wir dann, dass das dazu gehört und unser falscher Stolz wird dahin schmelzen. Und Abu Hurayra, liebe Geschwister, er berichtet, ich habe nie einen Menschen gesehen, der sich mehr Rat eingeholt hat, als der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-Bayhaqi sagt, dass dieser Hadith Hassan ist. Ma raeitu ahadan qattu kana akthara mashuratan li ashabihi mir rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Die Worte von Abu Hurayra in Bezug auf den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Das heißt, das sollte etwas ganz Gewöhnliches sein. dass wir uns Ratschläge einholen. An allerersten Stelle bei unseren Eltern, weil die kennen uns am besten, weil sie sich ja selbst auch kennen und wir sind ein Teil unserer Eltern und das spürt man auch als Vater oder als Mutter, man spürt, ah, mein Sohn, meine Tochter hat Eigenschaften von mir, von meiner Frau und so können sie antizipieren, gewissermaßen vorausahnen und Allah ist der Allwissende, was der Sohn, was die Tochter brauchen wird für einen Ratschlag. Holt euch diesen Ratschlag. Es mag sein, dass ihr durch ein Wort, liebe Geschwister, profitiert ihr von zehn Jahren Erfahrung. Und wisst ihr, was es bedeutet, aus der Erfahrung zu lernen? Das ist meistens, dass man einen Fehler gemacht hat, Leid durchlitten hat und dann sagt man und dann weiß man es besser und dann hat man aus der Erfahrung gelernt. Einer der Philosophen sagte ist, dass Erfahrung der Name für die Dummheiten der Menschen ist. Wenn jemand sagt, ich habe viel Erfahrung, ja, du hast viele Fehler gemacht. Ja, so nennst du deine Fehler Erfahrung, um es schöner darzustellen. Wir kennen das auch alle aus dem Deutschmann sagt, ja, der muss erst mal den Herd anfassen. Der Sohn fasst den Herd nicht an, der ist heiß. Dann, glaube ich nicht. Durch einen Ratschlag, liebe Geschwister, könnt ihr euch viele Male ersparen, einen Herd anzufassen, weil jemand anderes ihn zuvor schon angefasst hat. Und dadurch profitiert man für sich selbst, liebe Geschwister. Warum sind wir manchmal so stur? Es gibt zwei Gründe, die ich thematisieren möchte, warum man einen Rat nicht befolgt, liebe Geschwister. Und das betrifft oftmals dieses Jugendalter, die Pubertät oder wenn man ein Kind oder Jugendlicher ist, Heranwachsender ist. Man sagt, reif sein bedeutet, eine Sache zu tun, obwohl einem die Eltern dazu geraten haben. Hört nochmal hin. Reif sein bedeutet, etwas zu tun, obwohl die Eltern einem dazu geraten haben. Warum obwohl? Ja, warum? Weil man in einem gewissen Alter ist man immer rebellisch. Man will nicht auf die Eltern hören, man will nicht auf die Lehrer hören, auf die Imame und Älteren hören. Man will seinen eigenen Weg gehen, man will selber ein Mann sein und so weiter oder Frau. Deswegen sagen die Weisen, du bist dann reif, wenn du etwas tun kannst, obwohl deine Eltern dir das sagen. Warum? Weil du warst vorher in einer Phase, egal was deine Eltern gesagt haben, du hast es nicht gemacht. Und dieses Spiel kennen wir auch alle. Väter, Mütter, Kinder. Räum dein Zimmer auf. Nein. Räum dein Zimmer nicht auf. Und dann das Kind fängt an, zu lächeln, weil es merkt, ah, ja, 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 er sagt das, weil ich in Wirklichkeit widerwillig bin, ja, und dann, ja, das spüren wir. Und wir kommen, dass wir sagen können, ja, ich räume jetzt mein Zimmer auf, ja, ich gehe jetzt zum Arzt, ja, ich mache jetzt dies oder jenes. Das ist ein Zeichen dafür, dass du raus aus dieser Rebellionsphase bist. Wenn du etwas tun kannst, obwohl deine Eltern, deine Lehrer, etc., dir etwas sagen. Einer der Philosophen sagte, er sagt Dinge, die mich ärgern, er gibt mir gute Ratschläge. Ja, die guten Ratschläge, die können einen wirklich ärgern, gerade die guten, ja, nicht die schlechten. Wie kommen wir als Oma dorthin, liebe Geschwister, dass wir auch wieder eine Nasihah-Kultur haben. Was mich ärgert, ja, im Management gibt es verschiedene Verbesserungsphilosophien. Kaizen habe ich gelernt im Rahmen dieses Faches, also der Managementphilosophien. Warum habe ich Kaizen gelernt? Ich als Student mit anderen Studenten zusammen habe eine japanische Lebens- und Arbeitsphilosophie in meinen Büchern, die in Deutschland gedruckt und verbreitet wurden und studiert wurden, gelernt. Was mich ärgert, warum gibt es keine Nasihah- keine Nasihah- Philosophie, die irgendwo in Dänemark gelehrt wird, in der Management-Schule XYZ, wo es heißt, ja, die Araber oder die Muslime haben dieses und jenes. Vielleicht, weil wir das nicht richtig leben. Weil die Menschen müssen das sehen, wenn sie in unsere Länder kommen, wenn sie in unsere Moscheen kommen, wenn sie in unsere Familien als Besucher kommen. Sie müssen sehen, wir haben dieses Nasihah- Kultur, diese Nasihah- Philosophie. Dort müssen wir wieder hinfinden, liebe Geschwister. Wie finden wir wieder dorthin? Eine Antwort ist zum Koran. Er sagt, wenn er war, er war, sagt, ja, Bunaya, inni er war, in dem Mana, mit Anni er hat, wenn er war, wenn er war, war, wenn er alt genug war, Ismail a.s. um mit ihm, mit Ibrahim a.s. zu arbeiten. Sagte Ibrahim a.s. Oh mein Sohn, ich sehe, Allah befiehlt mir im Traum, dass ich dich opfern muss. Nun schau, was meinst du dazu? Fandhur ma dha taro. Das heißt, der Junge, der konnte gerade anfangen, mit seinem Vater zu arbeiten. Die Gelehrten sagen da verschiedene Zahlen, wie alt er gewesen sein mag. Stellt euch einen kleinen Jungen vor, der gerade mit seinem Vater arbeiten kann. Und der Vater, Ibrahim a.s., der Prophet, einer der Propheten, der fünf großen Propheten. Viele Gelehrte sagen, er wäre der wichtigste Prophet nach dem Propheten Mohammed a.s. Das sagt die Mehrheit der Gelehrten. Und er fragt seinen kleinen Jungen, was ist deine Meinung? Und das, was ich spüre, weil er ihn dazu erzieht, nach Rat zu fragen, indem er ihn selber nach Rat fragt. Ein Beispiel. Wir sagen immer, unsere Kinder müssen sich entschuldigen, weil die machen dies und das. Das ist ganz normal. Aber wir machen auch dies und das, wenn wir uns selber nicht entschuldigen und die nicht selber sehen, Papa sagt Entschuldigung, 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 Mama sagt Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wie sollen unsere Kinder lernen, Entschuldigung zu sagen? Wenn sie keine Vorbilder haben, die sie im Herzen speicherten, die Entschuldigung sagen. Das heißt, wenn wir wollen, dass unsere Kinder später mal Rat annehmen oder nach Rat direkt fragen am besten, weil dann ist man offen. Wenn man selbst fragt, ist man offen für den Ratschlag. Wir müssen sie dazu erziehen, indem sie selber nach Rat fragen fielen. Dann werden sie von uns lernen, selber auch nach Rat zu fragen, weil wir kopieren dann dieses Verhalten als die Jüngere von den Älteren. Und dann, liebe Geschwister, ein anderer Grund, warum wir vielleicht nicht so diese Beratungskultur haben, weil viele sie asozial leben. Dann ist irgendwie, Nasihah bedeutet, wurde dein Gesicht hier, Schwester, das, da, falsch, falsch. Man läuft rum und gibt nur Anweisungen. Don, 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 du, falsch, 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 falsch. Im Koran steht, im Hadith steht, und dann irgendwie man denkt, was ist das für ein, irgendwie der, er verletzt mich, sie verletzt mich. Irgendwie, es kommt nicht, es kommt nicht in mein Herz rein. Warum? Weil diese Menschen das falsch verstanden haben. Nasihah ist etwas, was du spürst. Die Gelehrten haben gesagt, Nasihah ist die Aufrichtigkeit, die Wahrhaftigkeit, die Reinheit. In Bezug auf Honig sagt man, dass er Nasih, Nasihah ist, rein ist, frei. Und was ist Honig? Allah Ta'ala sagt im Koran, er ist Heilung. Und er ist süß. Eine Heilung, die süß ist. Nicht wie man sagt, ja, Medizin ist bitter, Medizin kann nicht schmecken. Nein. Wir Muslime haben Medizin, die schmeckt. Nasihah, verglichen mit dem Honig von den Großgelehrten, und rein sprachlich, liebe Geschwister, das ist die Sprache der Araber gewesen, die Allah Ta'ala verwendet hat, um Bilder zu transportieren. Der gute Ratschlag ist eben nicht die Erniedrigung, eben nicht mit Arroganz einhergehend, sondern es ist erstmal ein Gefühl, oh, ich will das Gute für ihn. Und dann ist es wie Honig, liebe Geschwister. Und das Verb hängt auch damit zusammen, dass man etwas flickt an der Kleidung. Das heißt, in dem Moment ist man ein Schneider. Ja, darf ich kurz mal hier was flicken? Ohne, dass man einen Schaden hinterlässt. Dass der Tragende dann gerne zum Schneider auch geht. Ich achte sehr auf eure Zeit, weil letztes Mal habe ich schlimm übertrieben. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Er ist der Einzige. Amen. Liebe Geschwister, ich möchte mit einem Bild abschließen, bevor wir dann das Gebet gemeinsam konzentriert und mit Hingabe verrichten. Es gibt die Pyramide der Kritik für mich. In der untersten Stufe ist für mich derjenige, der gar nichts kritisiert, weil ich kann von ihm dadurch gar nicht profitieren. Wir als Oma können von einer solchen Person nicht profitieren, weil sie gibt uns kein Stoff, kein Material. Dann gibt es Menschen, die kritisieren, aber sie haben kein Wissen und auch keine Erfahrung. Kein Wissen, einfach nur so, mach doch dies, mach doch das. Aber wenn sie Wissen und Erfahrung hätten, würden sie diesen Rat nicht geben, dann würden sie merken, dass das sinnlos ist. Ja, von diesem Menschen wünsche ich mir, eignet euch Erfahrung an, eignet euch Wissen an, damit ihr etwas Wertvolles auch sagen könnt. Auch auf mich bezogen. Dann gibt es Menschen, die geben einem einen Ratschlag, die haben Kritik, die haben auch Wissen und Erfahrung, aber die machen das auf eine Art und Weise, dass man sich erniedrigt fühlt, dass man sich angegriffen fühlt. Ja, dass man das als Mensch schwer annehmen kann. Diese Menschen sind dazu angehalten, dass sie ihr Inneres reinigen von Arroganz und ihre Handlungen von Aggressivität und von arroganter Art reinigen, damit das auch ankommen kann. Ansonsten wird aus dem Honig eine bittere Medizin. Dann, liebe Geschwister, Hamdulillah, die Menschen, die Ahnung haben, einem einen Ratschlag geben und auf eine annehmbare Art und Weise. Das ist für mich schon mal, ah, gut, Hamdulillah, ja, man bewegt sich bereits im Positiven. Die Schwierigkeit nur ist, liebe Geschwister, dass sehr viele Ratschläge, die wir in der Gemeinde, und ich meine jetzt die Gemeinden, die muslimischen Gemeinden insgesamt hören, die Verantwortungsträger insgesamt hören. Das heißt, es gilt für jede Moschee in Frankfurt, in Deutschland und weltweit. Das ist mein Eindruck. Manchmal liegt es nicht am Wissen, sondern man braucht tatkräftige Unterstützung. Oder man braucht einen Lösungsvorschlag. Ja gut, es läuft schief, aber was können wir machen? Wir wissen jetzt selber, es läuft schief, was können wir machen? Das heißt, liefere auch ein Lösungskonzept zusätzlich. Und manchmal haben wir die Schubladen voller Lösungskonzepte. Nur was wir brauchen, wir brauchen Leute, die es umsetzen. Ich sehe, der Teppich ist wenig gestaubsaugt. Ich weiß, ihr macht sehr, 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 sehr viel. Am besten man staubsaugt ihn. Ich habe einen Staubsauger und ich komme dreimal die Woche zum Staubsaugen vorbei und mache die Uhrzeiten mit der verantwortlichen Person mit dem Schlüssel für die Moschee aus. Ah, das ist also das komplette Paket. Lass uns versuchen, gemäß dieser Pyramide die beste Art von Ratschlag zu geben. Und wenn man das nicht kann, dann wenigstens auf eine annehmbare, gute Art und Weise, aufgrund von Erfahrung, einen Ratschlag geben. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim. Wir bitten dich mit all deinen Namen, bitte vergib uns, recht leite uns, lass uns das Gebet lieben, lass uns die fünf Gebetszeiten auskosten und genießen. Vergib uns unsere Sünden und die unsere, vergib uns, vergib auch unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben insgesamt. Recht leite all diejenigen, in denen du Gutes siehst und lass uns einen Beitrag dazu leisten, eine Einladung, eine Einladung weitergeben. Bitte Allah, stehe den Verfolgten und Bekriegten und Gefolterten und Gefangenen bei und schenke den Geflüchteten eine Heimat und den Aufnehmenden ein offenes, großzügiges Herz. Oh Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von dir erbeten hat und schenke uns Schutz und Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet bei dir um Schutz und um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallam ala alihi wa sallam ala alihi wa sallam 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 alihi wa Vielen Dank.